Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir Brawl Stars und zwar nicht nur allein mit dem lieben Julian. Ich dachte gerade, jetzt kommt so ein einfaches Hai, aber dann kommt nichts und dann lachen wir beide. Geil, okay Leute, checkt auf jeden Fall mein Club aus, ihr checkt auf jeden Fall mein Club aus, hier der beste von allen natürlich. Ja, wir haben nicht so viele Mitglieder, erst 4, Nihat ist auch ein cooler Typ, den mag ich auch sehr, der ist glaube ich Yi, Sohn war das glaube ich. Ey Leute, 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 check auf jeden Fall ab O-R-E-D ab, ab O-R-E-D, ab O-R-E-D. Niemals. Was denn? Nix. Okay. Okay. Ähm. Okay, dann lachen wir nicht lang und beginnen einfach so. Ja, wie sick, nein. Okay, geil. Ja. Ey, letztes Mal, Leute, da war ich ja auch dabei und da haben wir einfach so in der ersten Runde... Ey, Junge, ich bin noch so schwer rausgeflogen. Schon wieder? Ja, weil letztes, ja letztes Mal haben wir in der ersten Runde direkt schon win geholt. Hoffentlich, hoffentlich ist das jetzt auch so. Ja, ich bin leider... Ja, damit es nicht so peinlich ist. Hey, was für peinlich. Digga, wir sind schlecht. Ist das peinlich? Ja, okay, wir sind schon schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht. Guck mal, Digga, guck mal, Digga, guck mal, Digga, guck mal, die machen 1000 Schaden. Ja, die haben auch viel mehr Energy Cues. Digga, Digga, 6 Minus, ich will doch nicht El Primo. Ich glaube, du bist ein bisschen zu laut. Warte, ich mach dich mal ein bisschen leichter. Hey, ich schrei auf die ganze Zeit, Junge. Vorhin, als wir telefoniert haben, hat er die ganze Zeit so gemacht. Hey, wir telefonieren die ganze Zeit auch noch, oder? Ja, wie lange eigentlich? Warte, ich zeig kurz deine Nummer. Junge! Ne, Spaß, ich werd das natürlich zensieren. Leute, Appurett ist mein Lieblings-Youtuber, Nummer für euch. Könnte, hätte gerne mit ihm mal gezockt, aber... Ja. Warte, wenn du das vergisst, ne, vergisst... Warte, ich zeig kurz deine Nummer. Ja. Och, Junge! Können sie ihn alle anrufen? Och, Junge! Nein, Spaß, ich werd das natürlich zensieren. Leute, Appurett ist mein Lieblings-Youtuber, Nummer für euch, so. Äh, meiner bin ich selbst, mein Spaß-Kapper. Könnte, hätte gerne mit ihm mal gezockt, aber... Du bist zu schlecht, um Member zu sein! Oh, nein, Spaß! Wie soll ich denn an einen YouTuber rankommen? Mhm. Du könntest über meinen YouTube-Account ein Video hochladen? Hallo, guck mal! Ich heiße auf der Pace hier Juli Red NBMF. Ja, ja. Aber ohne das Frau... Ohne das Frau macht das nicht. Nene, ne, ne? Aber... Aber, 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 aber... Aber, 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 aber... Junge, was lauerst du da? Nichts. Was? Los, sag! Also... Wär geil, wenn ich jetzt irgendwie mit dem YouTube was aufkonto... Hä? Du bist doch mit mir! Wow! Ey! Und ich hab 20 Abonnenten erreicht! Also... Sag mal nicht! Ja, aber wir kennen uns auch im echten Leben! Ja! Hm. Drück jetzt bereit, Junge! Ich bin jetzt klar, wenn ich lange bereit bin. Ich zeig jetzt deine Nummer, aber ich zensier sie nicht. Junge, nein! Junge, Junge! Junge, du zeigst nicht meine meine Nummer! Nein, Spaß! Ich werd's natürlich zensieren und, äh... Wenn das Video vorbei... Wenn das Video vor... Hör doch mal zu, wenn das Video vor... Warum ist denn das... Wenn das Video vorbei ist, musst du mich dran erinnern, es zu zensieren. Warum willst du denn überhaupt da dran gehen? Wodran? Ja, Nummer, was willst du überhaupt da machen? Äh, dass die Leute dich anrufen und, äh, dich bisschen nerven. Nein, Spaß! Junge, ich geh gleich aus dem Telefon raus! Okay, dann zeig ich nochmal das letzte Mal deine Nummer, dein Spaß. Du zeig keine Nummer! Das Crow, der ist, ähm, legendärer Skin. Junge Ravens Skin! Oh, Digga, der Typ steht einfach nur rum. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn getötet. Ja Junge, das war auch noch nicht schwierig, der hat einfach nur rumgelotet. Stamm. Der hat einfach nur rumgelutscht. Verstehst du's nicht? Der hat einfach nur rumgelutscht. Hallo? Boah. Junge, was für ein Lutschen? Natürlich lutscht der. Lutschen ist doch ganz normal. Ja, am Lolli, aber mehr auch nicht. Nur am Lolli, oder was? Ja. Nicht nur am Lolli. Ja. Ja. Auch an Füßen. Ja. Haha. Ich bin tot! Hm. Auch an Füßen. Du musst noch sieben Sekunden aushalten, mein Freund. Drei. Zwei. Ein. Ja. Und der Boss ist wieder da, jetzt fick ich jeden, Alter. Ich bin der Beste von allen Vertrotten. Fick dich! Fick dich ins Knie. Nein, nicht so welche Wörter sagen, sonst wird mein Video demotorisiert, dann kann ich das nicht hochladen. Doch, ich kann's hochladen. Aber wenn ich normal so welche Wörter sage, so schlimme Wörter, dann kann ich keine Video mehr hochladen auf diesem Kanal. Verstanden? Ja. Junge. Das kannst du doch wegpiepen. Ähm. Pfff. Ja. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das geht. Julian? Hallo? Julian? Ich sag gar nichts mehr. Ich werd mir ein paar YouTube Videos angucken, wie man zensieren kann. Warte, ich bin gleich wieder da. Oh. Oh. Okay. Es geht weiter. Wir haben ein bisschen diskutiert. Nein, Julian. Ich schick dir eine Anfrage. Na. Ich. Ja. Los, mach. Ey, Leute, checkt auf jeden Fall. Leon ab. Checkt auf jeden Fall alle ab. Was für Leon? Die checken mich doch grad ab. Digga. Wisst ihr was? So einen Typ braucht man einfach nicht. Ciao. Hey. Nein, Spaß. Okay, komm. Wir zocken. Ah. Komm, drück jetzt auf 3. Ich muss nicht mal einen besseren Film nehmen. Bitte nimm mal einen besseren. Bitte. Ich nehm den, den ich will. Verstanden? Ja, Coco ist ja gut. Was für Coco? Der ist Coco. Junge. Ja. Coco, Digga. Alles klar. Große geht raus und es ist Coco. Ja, erstmal Werbung für Coco machen. Ja, okay. Ich mein, warum nicht? Coco, der Film ist auch der beste, glaub ich. You are a noob. You are a noob. Äh. Ich hab einen Brock getötet. Ja. Fuck. Ey, bei mir. Oh mein Gott. Hol ihn dir. Ich bin gleich tot. Hab ihn. Oh, hab ihn. Nein, ich hab ihn. Oh Mann. Du musst oben lesen, du. Und? Ey, das sind so viele Juwelen. Oh nein, ich werd den nicht an 12.000 und 8.000 leben. Und noch mal, Primo. Wollt ihr mich verarschen? Aber der hat nicht mal einen. Ja. Der Typ ist dein Tod. Sei vorhin. Habe Primo, habe Primo getötet? Oh mein Gott. Schau da. Ist der letzte. Komm her, Poko. Komm schon. Komm schon. Komm, komm schon. Jetzt hol ich den. Oh mein Gott, der ist krass. Oh, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo. Warum kommt El Primo immer näher? Ob wir wir immer gleich schnell sind? Ja, ich habe den letzten geklärt. Pineapple Pan, Pineapple Apple. Auf jeden Fall, vielleicht machen wir hier nach dem Video noch einen Livestream. Da kann jeder reinkommen, also hier im Spiel und so. Ey Leute, checkt auf jeden Fall mal. Sein Kanal ab. PS, er hat keinen. Oh mein Gott, wir sind die besten Spieler der ganzen Nichtwelt. Nigger, du lachst über jede Scheiße, habe ich so das Gefühl. Was? Du lachst über jede Scheiße. Hä, normal. Was normal, ich gebe dir gleich normal. Was für normal, Junge, ich gebe dir auch gleich normal. Ey, hier liegt noch eine Methode, egal. Meine Methode zu schlageln ist nicht normal, die ist anal. Junge, du bist auch anal. Ey, ich bin tot. Bull, Bull, ein Bull hat mich angegriffen. Scheiße. Geil. Die, ja, greif an, greif an, greif an. Los. Oh, Digga, du bist so schlecht. Nein, ich werde von beiden Seiten gewählt. Hallo, ich werde von beiden Seiten gewählt. Keine Ahnung. Du wirst gesandwiched. Nein. Ich dachte gerade, ich lebe noch. Das wäre zu krass. Weißt du noch, das eine Mal? Ja. Aber das haben wir auch hochgeladen. Nee, ich glaube nicht, oder? Doch. Ey, Digga, warum hast du auf verlassen gedrückt? Hä, du hast mich verlassen. Ja, du hast mich verlassen. Verlassen. Ich dachte, wir wären zusammen. Okay, ich nehme deine Mutter, die stärkste, der stärkste Kind erwähnt. So, ich habe einen anderen. Hallo? Da sag ich, ich habe mich verlassen. Digga, du hast ihn auflevelt? Zwei. Ich will nicht weiß. Junge, nimm einen anderen. Nein, ich will ihn aufleveln. Ich war gestern McDonalds. Was? Ich war gestern McDonalds. Oh, Junge, ich fliege immer aus dem Spiel raus. Ist doch geil, oder? Nee. Ich war gestern McDonalds. In McDonalds war es richtig geil, Leute. Haben wir ein bisschen gegönnt. Hä, mit wem warst du da? Mit meinem Vater und meinem kleinen Bub. Ah ja, und ich habe Justus und alles so gesehen. Ja, ehrenlos. Nein, Spaß. Ich habe die nicht gesehen. Wir sind erst um 20 Uhr oder so losgefahren. Ich weiß nicht. Ach so. Ein Kaktus. Der ist zu stark. Nein, den schaffen wir nicht. Du meinst den Spike? Hashtag legendärer Skin? Weißt du, wie viel Schaden meiner macht? Nein. Meiner macht pro Hit 3000 Schaden. Ja, ich finde auch Bull ist in diesem Modus der Beste. Oh mein Gott, sie hat 10 Dinge. Nein, der hat keine Chance. Ich habe 3000 Schaden, Digga. Ja, moin. Alles klar. Erholt mich. Alles klar. Alles klar. Vernachlässige niemanden. Digga. Hä? Ich habe 3000 Schaden gerade eben gemacht. Sie hat keine Chance. Sie ist one-shopped. Weise Worte. Oh, da ist so eine fette. Da ist noch mal Shelly, die sich gewonshofftet hat. Oh, hab zwei geholt. Da ist Shelly, die sich, da ist die, die sich gewonshofftet hat. Oh mein Gott. Die macht 900 Schaden, Alter. Nein, du glaubst nicht. Hol sie. Ja. Hol sie. Ihre Mom. Hol ihre Mom. Hol ihre Mom. Nein. Ich muss wegrennen. Sonst icken die mich. Das schaffen wir nicht. Doch. Die kommt von beiden Seiten. Hier ist Shelly. Hier ist Shelly. Shelly. Die macht zu viel Schaden. Hier ist Shelly. Hier ist Shelly. Komm, komm, komm. Hier ist Shelly. Alter. Wie viel Schaden. Gerade eben habe ich 3000 Schaden gemacht. Ich bin tot an beiden Seiten, Digga. Ich grüße mich selber. Ich sag doch, Shelly ist zu stark, Alter. Nicht so stark wie du, Kappa. Im Bett natürlich, Mann. Nein, du bist nicht stark. Doch. Ich bin stärker. Im Bett, meine ich. Oh, Jogi, du bist doch dumm. Lass mich Bull nehmen. Du bist schlecht mit Bull. Junge, halt's mal. Ich habe ihn auf Rang 9, also geh weg. Ja, okay. Zeig dein El Primo, zeig dein El Primo vor der Kamera. Na und, ich habe ihn nur Rang 12. Zeig dein El Primo, zeig dein El Primo. Okay. Da. Aha. Aha. Aber mit Bull bist du echt schlecht. Ja, du bist mit El Primo schlecht. Guck mal, ich habe ihn sogar in Braun. Ich habe auch den König. Hä, mir doch egal. Aber ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den. Was? Mir doch egal. Nur weil du Geld für das Spiel ausgibst? Sonst hättest du das niemals bekommen. Hallo, macht jeder YouTuber. Na und? Aber du bist ja kein YouTuber. Junge, wir nehmen gerade, ich zeig gleich deine Nummer und zinsen sie nicht. Ey, das wäre so ehrenlos noch von dir. Nein, Spaß mache ich nicht. Aber das ist wirklich ehrenlos. Ey, diese Schüsse von mir. Dein Gesicht zu sehen ist ehrenlos. Junge, dein Gesicht an sich ist schon ehrenlos. Deine Fresse. Deine Mahi ist ehrenlos. Mein Schwager. Mein Schwager, okay. Da war Frank, da ist er auf K. Da war ein Frank auf K. Der war einfach auf K. Lass sie dir angreifen. Ja, ja, ja. Der ist tot. Ach, scheiße. Nee, lass es mal jetzt chillen. Angriff. Fuck. Hilfe, von beiden Seiten. Ich hab, nein, nein. Digga, ich hatte 5, ich hatte 2.000 Leben, ne? Hab trotzdem ein Erdprimo mit 9.000 Leben geholt. Mhm. Bombe! Auf deiner. Ich bin tot. Oli, Oli, Oli. Doch, du schaffst das. Nein, keine Attacks mehr. Das Bull. Okay, jetzt schaffst du es nicht mehr. Ich hatte keine Attacks mehr, Digga. Ich werde sterben, Leute. Der sagt es immer, wenn er volles Leben hat. Digga, what the fuck? Weg von hier. Ich verpiss mich mal. Wie ehrenlos. Ja, der hat mich gewohnt, schaut jetzt, Junge. Hä, wie ehrenlos, was? Digga, das machen nur Camper. Natürlich. Wir sind auch ein Teil Camper. Ich hab das noch nie gemacht, Papa. Machen wir jede Runde. Nein, nicht immer. Ach. Nein. Ach du Scheiße, ey. Der hat uns gedrackt. Truck, 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 truck. Give me a truck, truck, truck. Aus langweilig. Truck, 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 truck. Mioch. Das wird truckig. Give me a truck, 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 truck. Das ist Angriff, 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 Angriff. Ja, ich mach mehr als 1.000 Schaden. Das sind zu viele. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab er Primo. Nice. Oh mein Gott, ich war nur 99 Leben. Ja, ich verpiss mich. Pissen du dich? Ich nehm schon 18 Minuten auf, ich mein. Ja, warum nicht? Ich hab's angefühlt, die 5 Minuten. Sicher. 99 Handgranaten fliegen übern Kindergarten. Fliegen übern Kopf und du bist Schrott. Alle Kinder feiern, nur der Henry schnallt es nicht. Und falls ihr Geräusche, also Stimmen im Hintergrund hört, das ist meine Familie. Also lenkt euch wegen dem nicht ab. Konzentriert euch nur auf mich. Auf meinem Gameplay. Und auf meinen Schwann, äh, ich mein Schwager. Du lachst über jede Scheiße, die ich erzähle. Ist halt echt so. Und konzentriert euch nur noch auf mich. Und mein Schwager. Ja. Mein Schwager. Ich mein, ja, warum nicht? Du wolltest zuerst sagen, mein Schwanz. Nein, nicht so welche Wörter sagen. Hey, das wolltest du aber sagen. Ja, ich weiß. Aber sonst wird Video dematerialisiert? Dann ich's nix mehr Video machen kann. Was, du kannst nix dafür? Du musst gar nicht sagen. Oh, ich hab' wohl Hunger. Ich nehm' mal einen anderen Borda. Bravla. Ich nehm' Riko. Riko, oh, oh. Ich mach' mal ne Truhe auf. Mal gucken, was ich bekomme. Wünscht mir Glück. Oh mein Gott, ein 9 Skin. Nein, eh nicht. Doch, doch, Siga. Wen krieg ich, wen krieg ich? Leute, macht Spaß. Ich hab's gehört. Und? Zwei Ereignis-Tickets. Leider. Oh, ihr, 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 ihr. Ach ja, und ich heiße nicht Samuel, ich heiße einfach Leon. Okay? Ja, ja, ja. So. Jetzt werden wir... Jetzt werden wir... Und auf meinen Schwagen... Schwager. Ja. Mein Schwager sagt so... Die ganze Zeit, so welche Wörter. Nicht ich. Und mein Schwager ist Julia. Papa. Ich bin's. Du bist ein geiler... Ich hab fünf Dinger. Du bist geil im Bett. Du bist geil im Bett. Sieh deine Vorhaut zurück. Du meinst mich nicht. Junge, was labern wir hier die ganze Zeit? Im letzten Video waren wir ganz anders drauf, Dinger. Wir labern die ganze Zeit schwules Zeug. Was für schwules Zeug? Ja, was schwul. Der Einzige, der hier schwul ist, bist du. Ich bin nicht schwul. Naja, noch nicht. Du warst ein Schwuch, der. Wenn man erwachsen ist, weiß man eigentlich fast nie, ob man schwul ist oder nicht. Jaja, eben. Aber hast du auch manchmal so welche Momente, wo du dir denkst, ach, ich fühl mich voll schwul? Ey, McDonalds. Nein, hab ich noch nie gehabt. McDonalds. Ey, zieh dich mal zurück, Dinger. Ich heiße auch Leon, aber egal. Ich hab auch nen Namen. Ja, nice. McDonalds. Leute, nennt Leon einfach McDonalds. Nein, MC not Donalds. Ey, welche Erfahrung hast du? Welche Erfahrung hast du? Im Bett? Mit dir? Junge. Im Bett mit dir? Welche Erfahrung? Im Bett mit dir hab ich sehr gute Erfahrungen gehabt, weil du warst einfach nur richtig aggressiv. Junge, welche Erfahrung hast du? Ach so. Ich, äh, geh mal auf mein Profil, dann siehst du das. Ich weiß nicht, wie ich spielst du das. Wo steht das? Worüber haben wir noch mal geredet? Wie gut, welche Erfahrung ich mit dir im Bett hatte. Ah, du bist 22. Okay, ich hab 33 Erfahrungen. Ja, angeblich. Hab ich tatsächlich. Du hast nur 20. Also du bist level 20. Ich bin level 23, glaub ich. Ja, warum wurde ich gekickt? Schwein. Ich koch, ey. Drehe das Video noch ein bisschen weiter. Ich muss jetzt erstmal auf. Ja, schön erstmal auf. Zehn Minuten stricken. Zehn Minuten stricken, dann wieder zocken. Ja. Hauch rein. Ja, ciao. Muss du jetzt. Ja, ja, okay, klar. So. So, ähm, ich weiß, dass ihr mich jetzt besser hören könnt. Deshalb bin ich auch ein bisschen leiser. Weil in meinem letzten Video hab ich das gesehen. Auf jeden Fall werden wir ein paar, ähm, Solo-Runden jetzt mit Rico, ähm, spielen. Und hoffentlich rasieren. Und ja. So viele Kisten sind immer so geil. Also, es kam ein neues Update. Habt ihr bestimmt zu 100% schon gesehen. Also, oder davon gehört, dass ein neues Update kam. Und dieses neue Update hat Rico voll verändert, finde ich. Und ich mag ihn jetzt nicht mehr so, wie er war. Und, ja, also, ich finde ihn jetzt irgendwie viel fetter. Wir haben uns beide gegenseitig getötet. Ist das möglich? Doch, das ist eigentlich sehr leicht möglich. Aber ich bin sorry, falls ich ein paar wenig Runden gezockt hab. Und zwar fast nur geredet hab. Aber es war auch lustig, ähm, ja. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und tschu!